Herzlich Willkommen zurück zu Lego Herr der Ringe und wir stechen quasi in Fluss, also See ist es ja nicht, und folgen dem Geistersatz in Richtung Amonhen, dem nächsten Level. Argonath hier, also Argonath ist glaube ich die Region und Amonhen ist dann der Ort, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin da nicht ganz so fit, also ich bin tatsächlich z.B. in der Geografie und auch was die Charaktere und die Zusammenhänge angeht, in Harry Potter viel viel versierter als in Herr der Ringe. Oh geil. Bei Einbruch der Nacht überqueren wir den See. Wir verstecken die Boote und gehen zu Fuß weiter. Wir nähern uns Mordor vom Norden her. Wir sollten aufbrechen. Noch nicht. Ortsbewachen des Ostrufer. Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit. Wo ist Frodo? Keiner von uns sollte allein wandern. Du am allerwenigsten. Ich weiß, warum du die Einsamkeit suchst. Es gibt andere Wege, Frodo. Andere Pfade, die wir einschlagen können. Ich weiß, was du sagen willst. Und es würde mir weise vorkommen, wenn mein Herz mich nicht warnte. Warnte? Ich trachte doch nur nach Stärke, um mein Volk zu verteidigen. Wenn du mir den Ring nur leiden würdest. Nein. Du Narr! Er sollte mir gehören! Gib ihn mir! Ja. Boromir hat es auf den Ring abgesehen. Ich finde Boromir ehrlich gesagt ziemlich geil. Ich bin ein großer, großer Boromir-Fan und ich muss gerade mal gucken. Wir haben hier einen Brocken aufgehoben und diesen Brocken können wir werfen. Das machen wir auch gleich. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Ring angelegt, was natürlich die NaSchool auf den Plan ruft. Nichtsdestotrotz, da ist Boromir. Und wir müssen jetzt versuchen, Boromir zu täuschen, damit er uns nicht in die Hände bekommt, denn er will ja den Ring an sich bringen. Er ist natürlich zum einen getrieben von dem Wunsch, sein Volk zu beschützen. Und da hat er nicht gelogen. Er will quasi auch für seinen Vater den Toses von Gondor, also den Stadthalter sozusagen, für ihn möchte er diesen Ring besorgen, damit in Gondor die Menschen beschützt sind, zufrieden sind und mächtig und stark sind. Also vorrangig erstmal durchaus, was man sagen kann, ja, das kann man noch nachvollziehen. Zum anderen ist es natürlich so, dass der Ring eine große Macht auf jeden ausübt und schnell das Begehren weckt, den Ring an sich zu bringen, um ihn für eigene Zwecke, für die eigene Macht zu benutzen. Ich sage jetzt gar nicht mal missbrauchen, sondern zu benutzen. Und Boromir, das weiß man ja auch im Film, hat ja durchaus so Momente, wo er dieses Verhalten auch bedauert und dann wieder kann er sich selbst nicht unter Kontrolle bringen. Wir können übrigens jetzt jederzeit hier zu den anderen Gefährten wechseln, was wir auch gleich tun sollten, denn ich komme hier gerade nicht so wirklich voran. Wenn Frodo den Ring angelegt hat und hier in dieser, ja, Zwischenwelt ist, kann er nicht springen. Also ich kann jetzt hier nicht einfach rüberhüpfen, ich hänge hier gerade ein bisschen fest. Ich kann jetzt eigentlich nur wieder runterklettern, aber da ist halt Boromir im Weg, das heißt, ich muss ihn erstmal wieder irgendwie ablenken. Ja, okay, jetzt bin ich ihm doch ein bisschen zu nahe gekommen. Es ist jetzt noch nicht so schlimm, man kann sich hier wieder befreien, aber wir kommen also nicht an ihm vorbei. Was auch interessant ist, ist, dass diese Lebensherzen hier bei Frodo jetzt so mit elbischen Ornamenten quasi umschlossen sind. Was halt auch nochmal unterstreichen soll, dass er jetzt hier in dieser Ringwelt gefangen ist. Ich glaube, normalerweise können wir schon was machen, denn wenn ich jetzt zwingend zu den anderen wechseln müsste, würde es mir angezeigt werden. Mein Gedanke war ja hier diese, ach doch, ich kann doch die Säule verschieben. Ich habe das gerade noch versucht und habe aber die falsche Taste gedrückt. Ich muss einfach nur dagegen laufen, also nicht. So. Es ist sehr linear, also man kommt hier doch relativ gut voran, man weiß schnell, was man machen muss. Also, dass man wirklich in einem Lego-Spiel festhängt, kommt ja sowieso so gut wie nie vor. Also, dass man nicht mehr weiß, wo man hin soll oder was man machen soll, das ist schon sehr offensichtlich für alles. Im Zweifel macht man halt alles kaputt, so wie jetzt und dann findet man einen Stein, den man dann wieder irgendwo hinwerfen kann, um Boromir abzulenken. Oder um sich selber was zusammenzubauen. Wir sind hier nicht unter Zeitdruck, also wir können das jetzt hier alles schön in Ruhe abhandeln. Man ist, glaube ich, in Lego-Spielen sowieso nie ernsthaft unter Zeitdruck. Außer bei diesen Scrolling-Leveln, die es ja durchaus gibt. Ich weiß gar nicht, ob dann Herr der Ringe eins ist. Bei Jurassic Park oder Jurassic World war das ja öfter mal der Fall und auch mal bei Harry Potter. Dass man da quasi irgendwo durchgehetzt wurde, aber ich glaube, bei Herr der Ringe ist das nicht der Fall. Hier komme ich jetzt so nicht. Doch, ich kann hier drüber kledeln, okay. Ah, da komme ich doch relativ weit voran. Ich dachte, ich müsste früher auf meine Freunde wechseln. Aber ich weiß, dass dieser Moment auf jeden Fall noch kommt. Man sollte eigentlich immer, so weit man kann, mit einem Charakter spielen, wenn man die Wahl hat, zwischen zwei Partien zu wechseln. Und erst, wenn man mit diesem Charakter nicht mehr weiterkommt und das Fenster aufleuchtet, dann sollte man zur anderen Fraktion wechseln. So kommt man eigentlich am besten und am schnellsten voran. Auch hier die Hintergrundmusik und so wieder herrlich. Ich kriege natürlich einen Haufen, hoppla, Meldungen wegen Urheberrechtsproblemen und Monetarisierung. Mit anderen Worten ist es so, ich würde mit diesen Videos kein Geld verdienen. Wobei ich das sowieso nicht angemeldet habe. Also ich verdiene sowieso kein Geld mit meinen Videos. Bei meinen Aufrufzahlen, hoppla, das wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, 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 ich wollte bei Frodo bleiben. Ich wollte eigentlich, achso, der hat ja gar keinen Boden, ich bin ja blöd. Ja, also durch diese Urheberrechtsgeschichte mit dieser offiziellen Musik würde ich jetzt halt kein Geld für dieses Video bekommen, für die Aufrufzahlen, die bei mir so minimal sind, dass ich sowieso kein Geld kriegen würde. Also es würde sehr lange dauern, bis es da zu einer Auszahlung käme. Aber mir ist es tatsächlich wichtiger, dass ihr diesen Sound und die Originalmusik habt und dieses Spielerlebnis. Und dafür würde ich, auch wenn ich jetzt die Wahl hätte, lieber darauf verzichten, dass ich da ein paar Cent dafür bekomme, als dass ich jetzt hier irgendwie die Musik rausschneide oder so. Inzwischen ist es ja auch so, dass es Spiele gibt. Also man hat sich da ja inzwischen angepasst, wo man Originalmusik ausblenden kann. Und zwar ist es so gedacht, wenn das Spiel gestreamt wird, was ja mittlerweile sehr gängig ist, oder als Letztes Player aufgenommen wird, damit man da eben keine Urheberrechtsprobleme bekommt. Ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Spiel vor kurzem, da habe ich das gesehen gehabt. Gut, ich glaube bei Jurassic World, bei dem Jurassic World Evolution, da ist es glaube ich so. Da kann man die Originalmusik ausschalten. Diesen ganzen Weg, den wir jetzt gerade mit Frodo gehen, den dürfen wir auch nachher nochmal mit den Gefährten gehen. Allerdings kommen wir da glaube ich ein bisschen schneller voran. Weil er kann sich jetzt auch nicht so wirklich schnell bewegen. Und diese Schlieren und so, also das ist jetzt natürlich dieser Ringwelt geschuldet. Das hat jetzt hier nichts damit zu tun, dass die Grafik schlecht wäre oder sowas. Wo muss ich denn das, da muss ich es hinwerfen, oder? Ja. Ich bewege, ob ich jetzt doch mal auf die anderen wechseln soll. Ich glaube wirklich, das reicht später aus. Wenn ich jetzt merke, dass das ein Fehler ist, dann können wir ja, wenn wir es im zweiten Durchgang spielen, dann mal anders machen, dass ich da wirklich früher wechsle. Jetzt bleibe ich erstmal bei dieser Taktik hier oder bei dieser Strategie. Ich glaube, dass das zumindest nicht falsch ist. Dann gehe ich da mal kurz den Stub ein, der mir eigentlich nichts bringt. Dafür, dass wir so viel kaputt machen, geht unsere Stub-Leiste aber ganz schön langsam nach oben. Ich habe mich auch öfter gefragt, was Amon Hen eigentlich wirklich ist. Also, Argonath ist, glaube ich, weg mit dieser Region. Und Amon Hen ist halt dieser Ort mit diesen Statuen und so weiter. So eine Pultstätte vielleicht. Da ist wieder so eine Speicherfigur. Da würde ich jetzt mal eben drauf verzichten. Ich verstehe da immer Brühlschritte im Hintergrund. Ja, jetzt ruft er schon, es tut ihm leid. Und da ist man natürlich so hin und her geht, dass meint er das jetzt ernst? Tut es ihm wirklich leid oder will er uns damit nur locken? Und ich vertrete ja die Ansicht doch, ich glaube, in manchen Momenten tut es ihm wirklich leid. Ich glaube, er weiß selber nicht genau, ob er, wenn er dieses, es tut mir leid, ruft, ob er ihn damit locken will oder ob er sich wirklich entschuldigt. Aber ich glaube, ein Teil von Boromir entschuldigt sich wirklich. Und Boromir ist kein schlechter Mensch. Und diese ganze Geschichte um Boromir und um seinen Bruder und seinen Vater, das ist eigentlich eine unglaublich tragische Geschichte. Und Boromir ist für mich ein absoluter Held. Und ich mag auch den Schauspieler sehr. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt. Ich weiß nur, dass er in dem Film, also zumindest im ersten Film Silent Hill mitgespielt hat, da hat er nämlich Sheryls Vater gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, oder Messers Vater, wie man es nennt, Sheryls Vater, ja. Und, ähm, da habe ich mich damals schon so gefreut, weil ich den halt richtig gern habe. Und, ähm, was ja manche, oder eigentlich, was eigentlich so gut wie keiner weiß, ich habe ja auch eine Buchreihe geschrieben und da gibt es einen Charakter, ich sage jetzt auch nicht, wer es ist, ihr kennt meine Buchreihe sowieso nicht, ähm, den habe ich mir immer wie Boromir vorgestellt. Ein bisschen älter vielleicht, aber vom Prinzip her wie Boromir. Und jetzt haben wir hier Saurons Auge, das uns natürlich beobachtet, weil wir den Ring angelegt haben. Und wir müssen jetzt versuchen, uns dieser Beobachtung zu entziehen. Indem wir den Ring vom Finger nehmen. Und jetzt hat es automatisch zu unseren Freunden gewechselt. Ja, es liegt ja optisch natürlich ein bisschen mehr, muss ich sagen. Also, oh, da brauche ich einen starken Charakter, den ich nicht habe. Ähm, wo sind eigentlich die anderen Hobbits hin? Kann ich auf die, nee, die habe ich gar nicht in der Gruppe. Ich habe hier, also auf der einen Seite Frodo und dann habe ich hier Aragorn, Gimli und Legolas. Aber Merry und Pippin sind irgendwie jetzt gerade nicht da. Ähm, ja, mir liegt das hier ein bisschen mehr, dieses Farbige und die scharfe Grafik. Das ist mir einen Ticken lieber als, ähm, diese verschwommene Ringwelt. So, das war jetzt nicht allzu schwierig. Ja, da gibt es doch noch ein bisschen was abzuräumen. Ich will es jetzt zumindest versuchen. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch machen können. Ach, ich dachte jetzt gerade, da kann Legolas ein Pfeil hinschießen. Nee, kann er nicht. Das ist eine andere Vorrichtung. Kann ich jetzt gerade nichts machen. Aber hier kann ich was mit Legolas machen. Ach, ihr erinnert euch, wir haben doch von Galadriel Geschenke bekommen. Unter anderem hat Sam Elbenseil bekommen. Und an diesen gelben Knöpfen kann ich das Elbenseil befestigen, um dann hochzuklettern. Allerdings haben wir jetzt, wie gesagt, Sam nicht im Team. Genau, Sam fehlt nämlich auch. Von diesen Statuen gibt es hier insgesamt sechs Stück zu finden. Zwei haben wir schon und die anderen werden uns im weiteren Verlauf begegnen. Hier zum Beispiel könnte ich mit Sam buddeln. Aber das geht halt alles erst, wenn wir im zweiten Durchgang herkommen und frei entscheiden können, welche Charaktere wir benutzen. Jetzt hier im Story Mode, da ist es halt auch vorgegeben. Und deshalb ist Sam nicht dabei. Wie liegen wir eigentlich in der Zeit? Oh, ist noch ein bisschen. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass wir Amon Henn jetzt alle, äh, dass wir da jetzt alles in dieser einen Folge schaffen. Also gerade, wenn man noch ein bisschen anfängt, dass man Stuts einsammelt oder sowas, dann braucht man für ein Level doch ein bisschen länger als 20 Minuten. Man kann es natürlich in der Zeit schaffen, aber nicht, wenn man es so spielt wie ich. Also ich will jetzt da auch nicht durchhetzen und könnte ich natürlich. Ich könnte jetzt sagen, okay, im Story Mode spielen wir es einmal sehr zügig durch, damit wir vorankommen und dann beim zweiten Mal dafür etwas langsamer und dann nehmen wir dann alles mit. Aber mir liegt es einfach nicht. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich da endlos Zeit lässt. Ich komme schon gerne auch voran. Ich habe das gerne, wenn man regelmäßig einen Fortschritt hat. Aber durchrushen muss ich jetzt da auch nicht. Und ich hasse eigentlich dieses Wort. Durchraschen. Durchrennen. Durchrennen. Und die nächste Statue. Ach, das macht so Spaß, diese Sachen kaputt zu hauen. Ich kann gar nicht erklären, woran das ist. Die Geräusche, die dabei gemacht werden. Und dann kann man natürlich Münzen einsammeln, was ja an sich immer sehr befriedigend ist. Jetzt kann ich da gleich Krimli dranwerfen. Und ihr seht schon, es ist also wirklich genau der gleiche Weg, den Frodo auch gegangen ist. Dieses Werfen von Gimli ist auch ein so geiles Element, weil das natürlich eine supergeile Anspielung auf den Film ist. Und es gibt, habe ich glaube ich sogar schon mal erwähnt, eine Trophäe. Also eine Steam-Errungenschaft. Wenn man mit Legolas, glaube ich, Gimli einige Male wirft. Also es gibt eine bestimmte Anzahl. Und wenn man so und so oft mit Legolas Gimli geworfen hat, dann gibt es dafür eben eine Errungenschaft, was ich sehr, sehr geil finde. Es ist halt ein bisschen schade, dass ich die Errungenschaften alle habe. Und ihr somit nicht seht, was es da alles gibt. Ich finde ja auch bei diesen Errungenschaften, die Namen sind dann immer so geil. Weil das sind immer so tolle Anspielungen auf die Filme und so weiter. Oder auf bestimmte Situationen in den Filmen. Ach Mensch, jetzt Legolas, bitte. Lass mich jetzt nicht hängen. Halt, Moment, Start, Höhe, runter. Ich will immer mit Legolas gar nicht so viele Pfeile verschießen, weil irgendwie, es ist so in mir drin, Pfeile sind Munition, Munition ist Mangelware, Ressourcen sparen. Ist natürlich Blödsinn, wir haben natürlich irgendeine Pfeile. Aber es ist halt bei den meisten Spielen so. Und da hat man das einfach so drin. Ähm, so. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie diese Entwickler der Lego-Spiele es schaffen, aus solchen Sachen ein interessantes Gameplay zu machen. Also indem sie wirklich sagen, okay, wir haben jetzt hier den Weg durch Amon Henn, die Gefährten folgen Frodo. Wie machen wir das jetzt, dass das für den Spieler ein interessanter Bereich ist? Ja, ähm, solche Puzzle-Passagen und das auch optisch schön ist. Also, auch welche Charaktere haben welche Fähigkeiten und so, ist, ähm, finde ich so klasse. Ich überlege schon immer, was würde sich noch anbieten, das als Lego-Variante umzusetzen. Also, welcher Film, welche Serie oder sowas. Ihr könnt ja gerne mal Vorschläge machen. Ähm, was könnt ihr euch nicht vorstellen? Also, Harry Potter bietet sich natürlich an. Es muss ja, ähm, da hatten wir ja schon auch Jurassic World. Es muss ja immer was sein, wo es viele verschiedene Personen und Charaktere gibt. Ähm, wo man eine tolle Geschichte hat. Und man muss es natürlich auch ein bisschen kindgerecht umsetzen können. Also, es gibt bei Herr der Ringe natürlich Schlachten und Tote. Und das kann man ganz gut als Lego-Variante verharmlost umsetzen. Schwieriger wird es zum Beispiel bei Horrorfilmen. So was wie, ja, die halt darauf abzielen, dass viele, viele Menschen sterben, wie bei Alien oder sowas. Da wird es schon relativ schwierig. Fluch der Karibik hat sich ja auch so angeboten und auch Indiana Jones und so. Also, wie gesagt, viele Charaktere. Ähm, eine möglichst umfangreiche Welt. Also, es bringt jetzt relativ wenig, wenn man, ähm, ja, sich nur auf einem Raumschiff befindet oder sowas. Weil Star Wars ist das anders. Da hat man ja auch riesengroße Welten. Star Trek könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen. Aber da hat man halt vorrangig die Enterprise. Oder man muss eben auch verschiedene Planeten bereisen. Star Trek wäre cool. Dann aber bitte die Next Generation. Ähm, ja, ist ja gut. Ich nehme dich ja schon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so mal eine explizitere Kindervariante gibt. Wenn man sowas so Lego 5 Freunde oder sowas, finde ich auch toll. Oder Lego TKKG. Ähm, aber da hat man ja auch nur begrenzt viele Charaktere. Oder ist vielleicht irgendwas anderes von Lego in Planung? Also, Lego Star Wars besitze ich zum Beispiel auch. Da werde ich vielleicht auch irgendwann let's playen. Genauso wie Indiana Jones. Wie den Hobbit natürlich. Ähm. Bei Indiana Jones gibt es übrigens verschiedene Varianten. Also, da gibt es die, die wirklich, äh, direkt quasi die Filme nachspielen. Das ist ja auch das, äh, was der Super Flash Crash der Rigma let's playt hat. Da war ich auch mal zu Gast. Ähm, es gibt aber auch noch eine ältere Version, die mir auch sehr gut gefallen hat. Weil die sehr geile, ähm, ja, Minigames und Sidequests im Open World Bereich gehabt hat. Fand ich auch ganz cool. Lego Star Wars gibt es ja auch verschiedene Teile. Da werde ich nicht ganz so warm damit, muss ich sagen. Ich habe da mal in einen Teil reingespielt. Und der hat mich nicht so überzeugt. Das war doch sehr viel Geballer, sehr viel Kampfstrategie und... Ah, das brauche ich, da brauche ich Aragorn, okay. Ja, so. Ja. Jetzt haben wir nämlich zum ersten Mal den Fall, Aragorn kann Spuren lesen. Sieht so aus, als würden sie stinken, also diese grünen Wolken hier. Das ist eine Spur und der kann nur Aragorn folgen. Der ist der Spurenleser. Und wenn er sich dem Ziel näher, dann fängt er an zu graben. Wo ist der Ring? Er hat sich Boromirs bemächtigt. Würdest du ihn vernichten? Ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen. Geh, Boromir. Oh! Lauf! Ein Checkpoint. Die Klinge hat blau geleuchtet. Die Orks und die Epoche sind im Anmarsch. Und man hat es ja jetzt schon gehört. Frodo vertraut eigentlich seinen Freunden. Aber die Frage ist... Moment. Nee, will ich jetzt nicht. Die Frage ist, kann er ihnen so weit vertrauen, dass sie auch wirklich bereit sind, den Ring zu vernichten? Oder wollen sie ihn nur bis nach Mordor bringen und überlegen sich das dann anders? Und da wir jetzt sowieso einen Checkpoint hatten, denke ich, ist es jetzt ein guter Moment, die Folge zu beenden. Ich würde zwar jetzt liebend gerne hier noch ein bisschen rumdreschen und Stuts sammeln. Das sieht nämlich eigentlich ganz gut aus aus unserer Stut-Anzeige. Aber nichtsdestotrotz gehe ich jetzt mal kurz in den Pause-Modus, damit wir dann morgen an dieser Stelle weiterspielen können. Ich denke mal, dass wir dann relativ dicht am Ende von Amon Hen sind. Und ich bin dann sehr gespannt, wie es weitergeht. Es gibt ein Level, da freue ich mich noch nicht so extrem drauf aus einem ganz bestimmten Grund. Das lässt aber noch ein bisschen auf sich warten. Und ja, dann lassen wir uns überraschen, wo dann morgen die Reise hingeht. Macht's gut, bis dann. Tschüss.